Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Ankündigung für den nächsten Livestream. Morgen Abend gibt es nochmal Echo zu sehen und zwar um 20 Uhr auf Twitch. Das letzte Mal Echo, bevor der Astrid-Final einschlägt. Am Montag bzw. Dienstag ist es dann leider soweit. Da wird dann der Planet untergehen. Ja, schade eigentlich, nachdem wir doch vergleichsweise viel gebaut haben und auch ein bisschen was entdeckt haben. Aber gut, hilft nicht. Ich habe mich damit jetzt schon abgefunden. Und wer weiß, vielleicht in einer zukünftigen Session, dass es da ein bisschen besser läuft. Mal gucken. Auf alle Fälle habe ich aber auch eine gute Nachricht. Ich habe nämlich noch Eisnerz gefunden. Da habe ich letztens mal kurz reingeguckt. Und mit diesem Eisnerz können wir auch ein bisschen was herstellen. Und was wir da Schönes herstellen können, das schauen wir uns dann morgen Abend um 20 Uhr auf Twitch an. Ja, natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn er mich besuchen kommt. Macht's gut bis morgen. Servus. Off-Musik Off-Musik Vielen Dank.